MobiHexer, schnell und einfach eine mobile Homepage erstellen. Wir wollen hier mal nachsehen, wie schnell und einfach es wirklich geht. Klicken hier auf die Registrierungsseite, geben dort eine E-Mail-Adresse ein, den Namen der mobilen Website, den wir uns wünschen. Wir müssen hier mal eben die Prüfsumme ausrechnen, gegen den Spam. Melden uns hier an. Das wurde akzeptiert, der Name ist noch frei. Wenige Sekunden später schickt uns MobiHexer eine Anmeldungs-E-Mail mit einem Login-Link. Auf den können wir klicken, kommen über die Startseite sofort wieder ins Eintragungsmenü. Dort können wir Seitenbilder, Links und Adressdaten anlegen. Wir wollen eine erste Seite anlegen. Dieser ersten Seite geben wir den Namen Videos zu MobiHexer. Hier habe ich etwas Text vorbereitet. Wir speichern ab und die erste mobile Homepage von MobiHexer ist fertig. Und dann sehen wir uns hier. Wir sehen uns hier. Wir sehen uns hier. Wir sehen uns hier. Untertitelung des ZDF, 2020